Super Mario Oh, der nimmt nicht auf Ja, äh Ich versuch den jetzt nochmal zu kriegen Das ist übrigens schwerer als wie es aussieht Weil Wandsprung und Stern genau da so zwischen Und das ist eklig Wie sich Lack-Millot immer sowas einfallen Das ist unglaublich Natürlich nicht Ich muss wirklich im letzten Moment Erst anfangen da rein zu lenken Weil sonst komm ich nicht so hoch Ja, das war falsche Richtung Moment, ich muss mir irgendwo raus hier So Nein Verdammt nochmal Okay, uff Das ist wirklich eklig, der Stern hier Das ist nur ein Oberweltstern Alter Schwede Genau gegen diese Kante von Maaan Ja, geht doch Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da doppelsprung mit mit super derben bauch nein das war zum flasch danke sehr so nein andere richtung so jetzt darf ich das jedes mal machen das eklige gott man kann ich vielleicht ausnutzen dass hier eine wand ist nicht wirklich die wände glaube ich alles so gemacht dass man wirklich nicht darum war ein stern habt ihr das gesehen gott verdammte okay das hat er unterbunden gibt nämlich immer wieder so welche leute für mich die sowas ausprobieren ja heißt es wohl ich muss jetzt wohl die ganze zeit reicht drei ersprung wirklich nicht auch mann so rede ich kamera also springt er glaube ich am höchsten dreh dich kamera verdammte fängt ja schon wieder gut an hier ich liebe das spiel auf geht's nein vielleicht mache ich nach dem heck hier sogar noch einen anderen heck der schimpft sich the missing stars oder ich mache star road es gibt so viele geile spiele noch so viele geilen rom hex hier das ist unglaublich so dreh dich weil diese die super war die super mario 74 extreme edition werde ich gewiss nicht schaffen ich weiß nicht mal ob ich das komplett schaffen werde ich hoffe aber ich habe vertrauen in mich und meine mario künste jemand hier sieht nein andere richtung diese inventierte kamerasteuerung ist mir da ist auch noch eine dusselige münze so jetzt läuft gerade aber wieso habe ich das gesagt die musik so 1 viele pillars sind das hier eigentlich das leben bestraft mich mal wieder mach doch diesen dusseligen bauch flip scheiß ding ins kirchen mann heute abspackung hoch 32 hier da muss es doch so nein natürlich nicht ich habe das höher gebaut damit er nicht so hoch kommt ich bin so mann mobbungspillers hier das ist unglaublich nein danke solch solch ein safe state machen ach fuck fuck off so da oben waren wir auch noch nicht in der röhre so jetzt muss ich da hochkommen weißt du was so jetzt habe ich mal eben schnell das war nicht fair oh gott nein nein mario du dumme bleib doch da oben danke sehr meine güte so es ist die flügelkappen scheiße erst mal direkt runterfliegen halt das ist das ist das laba welt geworden okay irgendwas ist explodiert die aktivierte red switch now you can fly through the sky did you see the red blablabla block in the dice fortress course ja das habe ich gesehen ich glaube eine bombe ist gerade in die lava gegangen selbstmordbombe okay irgendwo muss eine dingend sein und es gibt rote münzen natürlich so 100 münzen geh mal sterben ah ok da ist mein buddy äh i open cannon for you mommy so da oben ok hier unten gab es ja auch noch ein sonst würde ich nie da hochkommen das wäre ein mobbo wenn das jetzt oh gott das wäre richtig mobbo wenn das wenn nur hier wenn nur da oben eine wäre müsste ich mich sterben lassen äh ok ich muss zum pink body zielen ähm ich ziele einfach mal ganz hoch das ist ein extra leben will ich aber nicht so da ist eine münze kann es sein dass die hier unterschiedlich hoch sind diese ganzen türme oh gott natürlich ach da ist auch noch was drin ok sterben warte ich schrei jetzt nicht ich will jetzt rutschen gehen nö das akzeptiere ich einfach nicht so fehlt also noch der blaue schalter palast da oben habe ich gerade einen stern da ist der stern komme ich da hoch indem ich hier ähm hallo ist der kurze emulator hängen blieben ok ja super haben wir den auch ok you gott the bonus star so röre da oben ne hilf er so zwei ganze sterne haben wir jetzt in neun minuten und den roten schalterpalast so ich werde ich werde jetzt einfach mal hier aufs jux und tollerei hier reingehen ach nein ist der schiff so guck mal an ich glaube wir haben den blauen schalterpalast gefunden ach ja dauer schalterpalast gefunden erst mal sterben ähm kamera kamera danke dafür flup 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 ist das ich werde jetzt hier auch mal eben schnell den Safestate machen um einfach hier den Weg immer hoch zu ersparen ja blablabla schlag jetzt guck mal wieder rote münzen alter schwede halu typi ich sag mir wie es los es gibt hier Oh, weitere geile Musik Wer das Lied wirklich nicht kennt, ne Das andere Lied ja okay Weil mehr Leute haben diesen Teil hier gespielt, glaub ich Also wer das hier nicht kennt, ne Der ist wirklich stehen gelieb in der Zeit Im wahrsten Sinne des Wortes und nein Tschüss Ich hab nur noch ein Leben jetzt Oh, wie geil ist das denn bitte, das Lied Also, wirklich, Mucke ist richtig geil geworden Hier in dem Spiel Wie komm ich denn jetzt da rüber Sich verarschen Ne, so auch nicht Ich hab kein Leben mehr Gleich muss ich neu starten, Mami Wie komm ich denn da rüber So nicht Ich bin jetzt eigentlich Game Over gegangen Ja, ja Hier ist auch noch ne rote Münze Den Weg, danke Nein Ach ja, das Leben ist so schön Da hinten ist auch noch ein Stern Du kannst mir nichts anhaben Ich bin unsterblich gerade Es sei denn, ich knall wieder hier runter So, ähm Wie komm ich da rüber, Jungs Und Mädels Ich feier diese Musik Ähm Alter Schwede, was ist das denn hier schon wieder? Alles wird schmal Halt Was ist da? Ach du Scheiße Leck mich fett Ähm, Musik ist weg Musik ist weg Das ist gruselig Werde ich jetzt sterben Du kleiner Wichser Wie komm ich denn da rüber? Soll ich verarschen? Ach, jetzt ist die Mucke wieder da Da hinten ist der Schalterpalast Äh, ist der Sch... Okay, es gibt anscheinend hier einen kleinen Bug Alter, wie komm ich denn Wenn ich dir in die Arme springe, schleuerst du mich dann da rüber? Glaube ich nicht Deswegen werde ich an dir vorbeispringen Wieso habe ich dich jetzt nicht runtergeworfen? Alter Schwede Ah Shy Guy Hau ab Die Typie Aber alter Schwede Wie komm ich denn an den Schalter da hinten? Alter Ist das knapp Okay Vielleicht komm ich hier rüber Alter Ja, super Ne, so komm ich auch nicht da rüber Wie hat er sich das denn hier vorgestellt? Hallo? Gibt es irgendwelche Winde oder sonst was? Oder muss ich von oben springen? Aber wie komm ich da hoch? Und du auch so zu trampeln, du nervst mich So, Musik ist immer noch weg Okay Musik kommt nur wieder, wenn ich in Ego bekomme Auch nicht mehr, okay Wo komm ich denn Okay Was habe ich jetzt eigentlich aktiviert? Ach du Scheiße Ich glaube dafür muss ich auch unsichtbar sein Oder? Ja, muss ich Oder komm ich auch so da hoch? Ne, so komm ich nicht da rüber Vielleicht gibt es einen kleinen Trick hier Warte mal Okay, ne Hä? Ne, ich check's grad nicht Hier ist was Aber Ja, super Ich check's grad nicht Wie soll ich denn da hinten? Da hinten war auch nichts mehr, wo? Ja Hm Ah Okay Danke Ich hab mich an was erinnert Und zwar, dass der zweite Sprung natürlich noch ein Schnitt Stück Schnitt Stück Schneller wird The Vanish Cap is activated Now turn yourself into a boo and scare other people Da war nur ein leeres Ding, okay Äh Ja, jetzt haben wir wenigstens das hier schon mal geschafft Ich hab eine sehr grazile Stimme Frage ist Komm, warte mal Wir hatten ja einen normalen Sprung gehabt, um darüber zu kommen Oh Gott Ja, super Okay Deswegen war das Ding hier, okay Ich, ich, ich verstehe So Die Frage ist immer noch Oder kann ich das hier rum nehmen? Da ist auch noch ein Küpi Oh Nein, Küpi Du nimmst mich nicht Ah, hier geht's hoch Äh, Hilfe Ach du Scheiße Halleluja Alter, willst du mich verarschen? Ich mach super enge Sprünge Und natürlich wieder was mit Walljumps Wie soll's auch anders sein Das Level Design ist aber eigentlich recht cool Erinnert mich an so Crystal Caves von Donkey Kong Ey, ich glaub's Donkey Kong Ich glaub Donkey Kong ist auch einer seiner Lieblingsspiele Für diesen Punkt Hötete Hör, Mami Hilfe Ähm Hilfe Seh nix Halt die doch fest, ey So Hier gibt's wieder ne Menge Sterne noch zusammen Alter, Schwede Wenn ich jetzt Guck mal, da unten gibt's keinen blauen Dingens Schalter Oh, wieder Shy Guy Hau ab Er zieh dich Moment Ist das so einsam hier ohne Mucke? So, komm her Tod Ähm Wo komm ich denn da? Ach du Scheiße Ja, das mach ich später Ich mach Mami Ich will nicht mehr Bäh Ja, genau Aua Das tun weh Da kann ich der Mario auch gut verstehen Dass der sich dabei sehr weh tut Da oben war jetzt ein Schalter Aber ist hier ein Schalter? Was ist hier noch? Ist da gar nichts mehr? Stellt man da wieder runter? Ja Aber hier ist nirgendswo ein blauer Schalter, oh Doch da. Alter Schwede. Oh Gott. Er ist doch wahnsinnig, der Junge, ey. Durch Zeitverschmung. Ach. Stehe ich doppelt unter Zeitdruck. Ja, das kann ich vergessen. Aua. Äh, ich muss mir Energie holen. Ja, jetzt ist die Musik wieder da. Hö. So, warte mal. So, du kannst mich mal. Ach, Mann, oh. Da war keine Energie mehr, war? Jetzt ist die Mucke wieder weg. Äh. Hörte. Ja, ich mach immer so recht wie bei euch. Äh, ja. Was machen wir denn jetzt? Ich hab keine Energie mehr. Ich versuch's einfach. Ja, ich hab keine Energie mehr. Ja, super. Wie, da knall ich trotzdem dran? Oder war das so, weil mein Ding jetzt verschwunden ist? Nein! Halt dich doch fest, du dumme Sau! Das ist so ein blödes Kackdingens-Drecksvieh hier. Tschüss, Kappe. Och, Mann! Der Part wird jetzt ein bisschen länger. Entweder bis ich sterbe oder bis ich diese Scheiße geschafft habe. Kann sich übrigens nur um Jahre... Das treibt mich zu weiß, Glot! So. Mann! ach so tschüss kappe gleich passt jetzt gleich putzel ich darunter wieso falle ich da durch oder was das ist gerade geschafft das will ich jetzt noch mal machen oder kann man das nur wenn er unsichtbar ist leck mich fett am arsch was ist das hier könnte nur sehr viel spaß haben glaube ich und wenn das ist noch nicht mal ansatzweise so schwer glaube ich wie das letzte level da werde ich glaube hier richtig spaß jetzt alter das ist frustriert halt dich fest du dumme sau das gibt es einfach nicht ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal das ist ein neuer rising soul lp